Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zurück zu Let's Play Far Cry Primal und mit unserem schicken, kleinen, oh, oh, Löwi, ja, ja. Und wir haben hier hinten so einen stöhnen Typen liegen, um den sollten wir uns mal kümmern. Was machen wir? Da hören wir ihn doch schon stöhnen. Rotblätter nehmen wir mal mit. Ja. Okay. Scheider sollten wir da hingehen. Äh, also ja, das... Aaaaah! So, Yudi! Justi. Valti, a jeldata! Augh! Dao-linja? Mugaru-sch. Okay. Ich glaube, der hat was am Kopf, aber... Okay. Dann, äh... Äh, ja. 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 Versuchst nur, du Penner! Ich habe übrigens einen Löwen dabei, dass wir... Ach so, wir müssen jetzt auch noch Leichen verbrennen, die uns angreifen. Aber gut. Moment, ich habe Feuer am Arm. Aber wir können, glaube ich, einfach den hier nehmen. Und ihn ins Feuer werfen. So, drei verbrannte Leichen und unser, äh... Unser Döwe hat es erledigt. Töte die gut am Krieger. Ja, das machen wir. Glatt. Oh, Nordtum, glaube ich. Oh ja. Damit müssten wir ja fast sogar wieder Upgrades machen können. Denke ich. Ja. Die Typen, die Typen... Also, ich meine, komm mal hier, komm mal hier ran, ihr Burschen. Also, ich meine, komm mal hier, komm mal hier ran, ihr Burschen. Der Mock. Der Mock. Der Mock und seine Kumpels, hä? Der Mock und seine Kumpels... Alter, sind das, äh, viele. Das sind schon ein paar, aber ich meine, wir verbrennen auch hier ihre Kumpels. Das ist doch super. Ich wurde ja nur aufgerisch. Ich habe dich nur aufgerisch. Ich habe ihn, oder ich. Der Kerl ist doch nicht. Ich habe ihn mit der Kumpels. Nein, ich habe ihn. Ich habe ihn bei dir, oder ich. Ich habe ihn mit Burschen. Ich habe ihn. st ja weil und wenn das war gut jetzt auf einmal her m ja zwar noch ein bisschen hier leichten fletter an das gefühl ist es viel mehr leichten war eben bevor wir so und jetzt das ist schon wieder fähigkeiten haben wir fähigkeitspunkte ja drei stück sogar säbelzahntiger und braunbeeren hühlenbeeren und dachse hinterlistige tiere ok da geht es jetzt los hier jetzt sammeln wir mal die andere uschi ein würde ich sagen damit es hier alles mal wieder form annimmt was brauchen wir jetzt noch für nordschwarz stein naja wird sich schon finden wird sich schon finden wir gehen erstmal nach unserer freundin gucken die die hilfe brauch so wanda risorgi Katze, Rüstenkatze. Oh ja, 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 fein, fein, feines Kätzchen, ja, 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 komm, wir gehen zur Freundin suchen, die muss ja auch hier irgendwo rumlungern, oh oh, ist kalt und menschenfeindlich, mit dein, würdest du in Kürze erfrieren, ah, okay, da gehen wir nicht hin, falsche Taste, Mensch, äh, das ist mit verbesserter Kleidung, können wir nicht, äh, können wir schnell reisen nach Hause, ja, sehr schön, ich glaube, wir müssen nämlich hier da ein, zwei Sachen machen, ich habe keinen Bock da, äh, zu erfrieren, sofort, wo ist denn eigentlich seine Hütte jetzt, ja, hier ist ihr, ah, da unten, glaube ich, ja, 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 also haben wir jetzt quasi einen, äh, General in unserer Armee, der, der zeigt jetzt, äh, den, wie, der zeigt denen jetzt, wie man hier, äh, U-Damm tötet, du bist vollkommen geschützt gegen die Kälte, ne, das, äh, war ja einfach, oh, ja, 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 okay, alter, so, auf jeden Fall, äh, können wir jetzt wieder dahin, wo wir, äh, weiter aufgehört haben, hier, äh, bedammt, so, äh, Lagerfeuer entzünden, ausruhen, so, dann, äh, gehen wir doch mal, äh, wieder, ach, 600 Meter, das ist ja gar nicht soweit, hier rum, jetzt haben wir gleich nämlich dieses Winterkleidungsproblem offensichtlich gelöst, und wir können uns hier gleich mal wieder ein paar Wolfsfälle besorgen, die haben wir uns nämlich, äh, gerade ausgegeben, und der andere weiße Wolfsfälle abgehauen, feige Schwein, so, 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 so Scheiße hier. Bleib stehen. Okay. Roll's einfach weg. So, so, so. So. Tapir röten. Die Frage ist doch, äh, auch, äh, Komm, komm, komm zurück hier. die wölfe raffens gar nicht aber da war doch eben wurde dieser verschissene leopard gerade dieser leopard den hätte ich gerne mein löwe du hältst dich mal zurück auch die stehen überhaupt ein leopard brauchte ich verdammt kein jaguar aber naja schau mal gehen wir mal zurück zu der alten damit wir hier ist und so ihr wisst schon nicht sie gehen was sie mit ihr wächter teils das war irgendwie merkwürdig fandet ihr nicht auf naja gehen wir mal lieber nach unserer Uschi suchen bevor ihr noch was schreckliches zustößt und wir am ende schuld sind weil wir nicht nachgeschaut haben oder erst nochmal weggegangen sind um winterkleidung zu machen auch nö hier ist mir zu kalt ich wüsste wie so ein seltener streifenwolf aussieht warte mal das ist bestimmt ein weißwolf der streifenwolf den fände ich interessant oh nordschwarzstein das suchen wir auch ja gottse dank laufen die alle von meinem löwen weg und dann und dann und dann und dann und dann und dann weiter in den Norden ziehen. Deine Körper dünsten aus, mein kleines Freund. Ja. Aber... Geld juckt uns nicht mehr. Haben wir erledigt. Kälte ist für uns vollkommen in Ordnung. Wo ist sie denn nur? Unsere kleine Braut. Ich habe vergessen wie sie heißt übrigens. Was ja irgendwie abzusehen war. Aber... ... 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 kann ich jetzt eigentlich auf die reiten aber du bist ein ganz schöner brocken okay dann bleibt uns ja wohl jetzt nur noch den handwerker den brauchen wir und unterwegs gehen wir hier vorbei jetzt hier vorbei ich schon mal hier sind es ist denn hier eigentlich los komm mit tiger jetzt brauchen wir mehr holz hier ist holz irgendwo das ist bestimmt draußen wie komme ich hier denn wieder raus ach ja hier ach Gott so was ist das jetzt achso wenn ja Rettung da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum jedes mal dieses hin und her das ist ja nervig ohne ende so wir haben nämlich einen auftrag und unseren auftrag Gott sei dank genügt es einfach dass du da bist komm wir gehen wir müssen wir haben was zu tun das weh wir in der Höhe aber auch da wollen wir nicht hin wir wollen zu dem leuchtende Feuer wir seltenen Ortsteher Das geht doch gut. Lass uns doch mal schauen. Fähigkeiten. Handwerk. Noch mehr tun. Nordschwarzstein meine ich. Natürlich. Das werden wir ja schon noch irgendwo finden. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin und legen die alle um. Alle. Oh, hier ist sie wieder. Da ist sogar Stein. Zack. Oh, hier ist sie. Ja, Take Downs sollen wir jetzt anfangen und dann hier reiten, das ist super. Unser Speer wird ja auch immer krasser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles nimmt langsam seinen Lauf und seine Formen an. Da oben ist... Das ging ja gerade noch mal gut. Da hätte ich fast den letzten übersehen. Alles einsammeln, was uns in die Gehre kommt. Alles. Sehr schön. Drei beansprucht. Dann haben wir noch ein paar, die wir ausräuchern müssen von den Dingern. Aber naja. Und wir können jetzt erst mal weiterziehen, sag ich mal, bis zu dem Lager. Das machen wir dann auch noch schnell blatt. Und dann ziehen wir weiter, würde ich sagen. Dann können wir hier schnell einschauen. Nichts interessantes drinne. Ich dachte, vielleicht können wir unseren Speer gerade noch mal upgraden, indem wir hier den... Indem wir das noch mal gerade durchziehen. Das ist aber... Du bist aber auch ein schickes Tier. Jetzt müssen wir uns dem Außenposten da nähern und... Oh, hier steht sogar noch Stein. Das ist super. Da brauchen wir... Das ist da unten. Ha. Aber wir können noch nicht hier runter, weil... Wir haben noch keine Handwerksfähigkeiten. Brauchen wir aber nicht. Das ist nämlich ein super Bergrutscher. Federn. Ich weiß nicht, wofür die brauchen, aber ich nehme sie jetzt mal. Alles, was man schon gesammelt hat, hat man. Ist das ja nie gewesen. Schon mal da. Aua. Aua. Das, das. Danke. Groß Elch. Groß Elch, hau. Danke. Übrigens. Das hast du gut gemacht. Kleine Katze. Komm. Komm weiter. Wir müssen gehen. Hoffentlich kann ich bald auf die reiten. So, schauen, wo wir jetzt hier... Okay. Ich merke schon, wir müssen da rum und hoch. Ich nehme mal an, wenn dieses Geräusch kommt, bedeutet das irgendwas. Was? To. Stein. Und diese Tiere sind ja auch bestimmt nicht umsonst weggelaufen. Affe heute. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Eigentlich versuchen wir jetzt mal alle riesigen Tiere in Ruhe zu lassen. Und schauen mal, dass wir uns hier auf diese... Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Dann, äh... Überfallen wir hier das Lager und töten alle, die darin leben. Wo ist es unter uns, hä? Das wird ja verrückt. Also, Leute. Haut rein. Schaltet ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.